Ey, Ben, was kann ich machen? Was kann ich machen? Bruder, warum kann ich das? Ich schwöre! Digga, was? Ey, Digga, das war auch eklig. Der ist halt gebrochen, oder so? Peace, Leute, was geht? Das erste Video im neuen Jahr, Leute, startet mit dem Skateboard. Leider habe ich kein KTGA-Deck mehr, sondern, äh, ja. Erklärt sich von selber, ne? Ja, ja, ja. Ich fahre natürlich am liebsten KTGA, aber Decks sind gerade leer, Leute. Leute, guckt euch die Augen an. Wenn er probiert, wenn er probiert, was zu erkennen. Adler-Augen sind geil. Ich bin heute nicht alleine, Ben ist am Start. Ich habe das allerechte KTGA-Deck. Ja, das tut gerade weh, ne? Ich selber habe keinen Sinn. Ja, egal. Dafür kannst du nicht fahren. Ich wollte gar nicht fronten. Direkte Mühlen, ja, direkt gefrontet. Fängt ja gut an. Fängt gut an. Okay, Ben, hol mal an Olli raus. Ja, ich kann mal gerade ausfahren. Dann fahr mal nach da. Willst du gerade ausfahren? Ja, will so nach da fahren. Soll ich einfach gerade ausfahren? Warte, warte. Ich bin ja Anfänger, aber Bruder, lass mich eine Sache an ihm erkennen, was er falsch gemacht hat. Okay, komm. Er hat den Fuß hinten drauf gestellt. Ja, Bruder, nochmal, nochmal. Ja, Ben, pass auf, dass du dir nicht gleich das Genick bringst. Den vorderen Fuß stellst du immer nach hier. Mit dem hinteren gibst du Anschlungen, okay? Okay, und dann stellst du den einfach hier drauf, danach, okay? Okay. Weil du fährst so gerade. Ja, das ist halt nicht so nice, ne? Let's go! Yeah! Besser als Peter. Was? Soll ich dir mal zeigen, wie das geht? Was soll ich raushauen, Bruder? Sag, Kickflip, Double Kickflip, äh, Triple Kickflip, was auch immer. Layout. Mach mal, mach mal erst mal einen Olli. Digga. Wenn du willst Double Flip machen. Ich mach auch Triple Flip, wenn du das willst. Ja, okay, vielleicht auch nicht, Digga. Ich mach aber Double Flip, wenn du willst. First try und dann auch noch so clean. Mmh. Ja, hier der Poser. Ich auch Olli. Ja, komm. Das will ich jetzt auch sehen. Ey, was? Was war das? Äh, ja. Ihm, da konnte ich ihn doch. Mmh, bestimmt. Guck jetzt. Okay, mach, komm. Das war doch einer, oder nicht? Oh, Leute. Ich glaube, das wird ganz aussichtslos heute mit dem Video. Mmh. Bruder, er braucht einfach einen guten Lehrer. Digga, hat der gerade Kickflip gemacht? Digga, ich verstehe auch gar nicht, wie manche Leute so schreiben, Fake oder so. Ben ist einfach ein Hassler, Digga. Oder? Fünf Minuten, Digga. Und der Junge kann Kickflip. Habt ihr Bock auf den Arm? Bruder, ich bin dabei. Ich wollte gerade genau das Gleiche sagen. Und, Bruder, was darf dazu auch nicht fehlen? Ein Getränk und eine scharfe Soße. Und was für ein Getränk? Äh, ein Monster. Äh, das tut mir weh. Das tut mir weh. Neiran? Junge, sag doch. Hallo. Hallo. Hi. I'm just a vlogger. Das ist voll letztes Jahr, Digga. Ah, jetzt, okay, jetzt kommt was Neues. Okay, wir brauchen was Neues. Jetzt ist einfach der arrogante Blick. Ja, okay. Ziehen wir durch ab jetzt, oder was? Okay, in jedem Vlog, wenn jemand sagt so, Hallo. Okay, warte, was fehlt? Wenn man an Getränke umgeht. Ah, Kaffee? Ja. 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 Okay, Leute, wir haben gegessen. Es geht weiter. Auch ein Kaffee wurde sich gegönnt. Wenn ich Kaffee in der Hand habe, der muss direkt getrunken werden. Kann ich nicht warten. Geht nicht. Ich chill gerade ein bisschen. Ja, auf jeden. Chill. Bisschen am relaxen. Ja. So chill ich auch immer, Leute. Kleine, ich habe üben. War unter uns. Hat dein Bruder irgendwas anderes noch genommen? Ja, er hat Miet genommen. Na, schass, Digga. Peter? Also, er sieht auch so, ne? Ein bisschen, ne, schass. Okay, okay, Bruder. Okay. Guten Abend. Er kann gar nicht, ich will besser, ich schwöre. Was hat er gerade gesagt? Er hat gesagt, er macht das besser als ich? Er hat gesagt, du bist ein Lappen. Und dass er es besser kann als ich, ne? Wenn? Mach mal vor, ob du es besser kannst. Ey, Digga, das ist ja voll krass. Ja, guck, Digga. Er tut zuerst, als wäre es übel easy. Aber eigentlich ist es auch voll schwer. Er hat es zuerst noch nicht realisiert. Boah, meine Sprache. Ey, Digga, Peter, das ist ja voll die Filme. Okay, Ben. Drei, zwei, eins, go. Und mach, mach. Let's go. Habe ich ihm nicht gesagt, mit dem anderen Fußpushen? Das ist der neue Trick, kennst du den nicht? Wie heißt der? Jump high. Ah, dann musst du auch hoch springen, oder? Ja, bin ich da mit den Füßen, hast du das gesehen? Jump high, auch genannt Olli, ne? Ja, Olli mit Jump high zusammen, Digga. Ja, hoff. Ja, ha, ha, ha. Lust? Lust. Ja, ey. Ja, ey. Ich fahre nicht mit der Skate voll weg. Echt? Artus, mach mal vor, wie das richtig geht. Was würdest du sagen, Peter? Äh, Artus. Mach mal vor, wie das richtig geht. Okay. Er läuft vor der Cam weg. Ah, ah, ah. Und ich laufe. Er geht wieder weg. Er geht wieder weg, Digga. Ah, ah, ah. Ah, ah. Mein Nasnöcher. Ah, ah. Was wollt ihr sehen? Äh, Doublekickflip drunter. W一下, direkt rein, Digga. Voll kalt, Januar, nicht warm gemacht. Double Kick-Flug. Ich kenne mich nicht mal. Kennst du nicht? Yeah, Bro. War halt nicht so ganz nice. Aber man muss auch wirklich sagen, ich chill halt auch gerade und gucke denen halt beim Skaten zu. Digga, was sollen die Anführungsstriche, Digga? Wir sind Profis. Nee, weil wir skaten ja so... Okay, Leute, wir machen mal weiter. Ben ist auch hochmotiviert. Wir machen jetzt ein paar Grinds, ein paar Slides. Digga, das sah schon gut aus, wie du da hochgegangen bist. Kann den Trick nochmal beibringen. Ja, ich meinte eigentlich, wie du hochgegangen bist. Ach so. Nicht das runterfahren. Lieber ein bisschen loben, aber wenn halt nur sch*** da ist, dann muss man halt... Das stimmt schon, Digga. Okay, du springst einfach hier ab, ne? Springst einfach mit der Nose hier drauf, ganz einfach. Lehnest dein Körpergewicht ein bisschen nach da. Und dann gehst du so ein bisschen runter und machst so eine Bewegung. Und dann fährst du weiter. Hat doch jeder verstanden an sich, oder? Oh, definitiv, definitiv. Also verstanden hat man's, ja? Ja, ja, genau. Normale Anfängerübung. Ja, komm mal. Das jeder können. Ey! Aber gut. Das sah gut aus, Digga. Ist der bis zum Körb gesammt? Ja, ganz klar. Gut, oder? Ja, richtig krass. Immer diese Anfänger. Skater, wenn sie ihre Freunde sehen. Es geht. Skater, wenn niemand hinguckt. Und dann, wenn ein Mädchen an einem vorbeiläuft. Immer diese Anfänger. Digga, ich bin so übervoll mit der Situation gerade. Echt? Hast du dich verletzt? Nein, Junge, alles gut, Digga. Digga. Ich werde das. Du hättest das sehen müssen, Digga. Du hast gerade auf mich oder so gefilmt. Keine Ahnung, Digga. Er ist einfach wirklich so weggerutscht. Und ich dachte auf den Hinterkopf. Aber alles gut, oder, Benno? Ja, alles gut. Kapuze hat die Carried, ne? Ja, hat mich gerettet. Nicht nur eine, sondern zwei direkt. Ja. Alter, die Putzilei. Putzilei? Die Putzilei. Ey, Bruder, wir müssen aufpassen, dass wir nicht verachtet werden. Wir tragen keine Masken gerade. Aber hier muss man auch nicht zum Glück, sorry. Das Ding ist, ne? Ja, 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 ich weiß, was du meinst, Digga. Fühlt ihr, oder? Ja, ja, safe. Ja, natürlich. Mit der Cola nebenbei noch in der Hand. Was gibt's leichteres, Digga? Alright, Leute. Wir sind am Theater angekommen. Hier bin ich schon so oft mit meinem Skateboard rumgefahren. Da hinten runter. Dann habe ich hier Tricks gemacht. Alles schon auf YouTube festgehalten, Leute. Aber heute muss ich mich erst mal warm machen. Deswegen filmen wir nach da. Heute. Wollt ihr morgen anziehen? Deine Hose, Digga. Ah. Das ist toll, Digga. Zeig' aber mal, was du kannst. Hier, große Töne spucken, ne? Und jetzt, äh, wie ein Mädchen da sitzen. Nix gegen Mädchen. Ich kenn Mädchen, die skaten auch besser als er. No, no front. No front. Es gibt aber auch Mädchen, die skaten besser als ich, also. No problem, ne? Gibt's die ehrlich? Klar, Profis. Ja, okay, stimmt. Obwohl du schon kurz davor bist, ne? Nein. Echt nicht? Obwohl, wann ist man Profi? Wenn man davon lebt? Ja. Dann bin ich Profi. Nein, nein. Ich habe keine Sponsoren, Leute. Ich habe bei dem einen Contest gewonnen und Schuhe gekriegt. So, für ein Jahr ist das aber nur. Danach habe ich keinen mehr. Sind ja keine Sponsoren, ne? Ich habe mir das so in die Rippe geschnipst. Das Board. Ich dachte an Armen, Digi. Nee, hier rein. Alter, Digga, ich schwöre. Jeder Skater kennt das, wenn man sich das irgendwo reinhaut, das Board. Das schmerzt immer anders. Digga, ich dachte zuerst, das ist an Armen gekommen, Bruder. Das sah zuerst so aus. Nee, das ist richtig an die Rippe. Alter. Let's go, Bro. Jetzt schön clean. Yes. Ja. Resslich. Aber egal, Bruder. Ey, Bruder, darf ich auch? Ja, aber ey, übertreibs nicht, ehrlich. Weil, Leute für einen Anfänger, naja. Dann mache ich lieber da erstmal. Machst du da erstmal? Boah, Alter. Digga. Ben, ey. Alles gut, Digga. Ey, komm mal hoch. Nein, das geht nicht. Was tut weh, Digga? Digga, ich habe meinen Fuß. Ey, Ben. Digga, der ist so ungeklickt. Ey, Ben, was kann ich machen? Was kann ich machen? Ich bin auskrankt, ich schwöre. Digga, was? Ey, Digga, das sah auch eklig aus. Der ist halt gebrochen oder so. Digga, das sah auch eklig aus. Er ist so übel komisch mit dem Fuß umgeklickt. Ben, soll ich jetzt wirklich krank machen? Ach, Digga. Ben. Aber so sch*** bist du da, finde ich. Bist schon ein guter Skater. Danke. Aber du musst durchziehen. Ey, Ben, ein Schauspiel hast du gerade? Wie kann das weitergehen? Ah, Digga. Digga, du hast eben schon so gelacht. Ja, Digga, ich konnte mich nicht ganz verkneifen, Bruder. Digga, weißt du, was ich mir für Sorgen gerade gemacht habe? Digga, ich will kurz das sagen, ne? Das soll jetzt nicht böse gemeint sein, Digga. Ah, mein Bruder hat es verdient, Digga. Nein, ich hatte der nicht, aber ich fand es witzig so. Aber trotzdem. Lasst ein Abo da, guckt bei uns vorbei, Leute. KTGA. Gebt sie weiter, Leute. Digga, zeig mal dein Schuh. Bruder, was soll ich... Ah! Kennt ihr das Gefühl, wenn ihr schon da reintrittet und ihr wisst, okay, nein, nein, das war keine Erde, Digga, das war sch***. Touchdown like your endzone.